Mit jedem Leichnam wächst meine Macht, der Elfus der Dämonen singt. Herzlich Willkommen zurück zur Open Beta von... So, wir müssen mal an, wo wir jetzt sind. Wir sind da. Da können wir so rumlaufen, das machen wir jetzt nochmal. Ja, es bringt was das. Gut. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Errechte haben wir Level Null. Schade, eigentlich ist es schwächer. Aber ich bin nicht traurig. Wir gehen weiter weiter weiter. Da kommen wir nicht durch, okay. Na, der nicht. Den Eimer außen drumrum. In der Hoffnung. Da ist man aber auch am Ende davon erstmal genug, aber... Da kann ich jetzt auch nicht so richtig was anfangen. Oder ich müsste mal abgucken, was wir damit so gut sind. Okay. Level 10. Zurück zu dem Thema. So, dann... Gucken wir doch mal... Und das! Wir sind jetzt zwei Punkte... ... davon entfernt. Was? Das ist doch super. So, Schaden an dem Eurer Skelett Magier. Schon. Aber dann... ... kann ich wahrscheinlich nicht mehr... Also... ... würde mich wundern. Die Schadenreduktion... Die Schadenreduktion um 6% Jeder aktive Diener reduziert diesen Grund. Achso. Okay. Ahja, das ist natürlich cool. Der Toten ruft tief vergraben Tod herbei. Mhm. Erhüllt den Schadenreduldons. Mhm. Du ahnst nicht, das ist natürlich cool. Galanz Edict. Okay, also... ... wird schon mal richtig cool, wenn ich mir so überlege, was man hier so nachher machen kann. Als... ... ähm... ...Nekro. Ist jemand da? Du brauchst eine Hilfe. Bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht. Nein, ich kann es nicht. Ja. Du gehst einmacher. Ich kann es nicht mehr von dir. Attach, bitte! Ich kann es nicht mehr von dir. Ich kannst es nicht mehr von dir gehen. Dass du sie nicht mehr von dir Handeln hast. Ich darf die Verrückung. Ich kann es nicht mehr von dir. Ich kann es nicht mehr von dir vorstellen, dass du sie mit ihnen verknutzt. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Super, dass du die Gänstige hier so rumlummern Und das war's Damit eigentlich Kuriositäten händler gehen, naja, okay So, das ist cool, das ist nicht so cool Hm, ne ist auch nicht so cool, aber das ist... Wies Jo Nett Wies 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 So, dieses Dorf scheint hier doch ziemlich verlassen und tot zu sein. Was gibt es denn hier? Es ist so... Ich bin aus dem Essens. Uh-huh. Okay. So. Mm-hmm. 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 These effigies reek of corruption. Mm-hmm. 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 They're not getting up with anyone. Mm-hmm. 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 So, dann gucken wir doch mal, wer da hinkommt. So, dann gucken wir doch mal, wer da hinkommt. So, dann gucken wir doch mal. So, dann gucken wir doch mal, wo sind wir unterwegs. So würde ich sagen, versuchen wir immer so schnell wie möglich weg, weil dort haben wir ja schon so... So, dann gucken wir doch mal. 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 Oh nein! Oh nein! Bussiii! So. I need more time. Forgive yourself to hate you. I need more time. I need more time. So, haben wir auch den zweiten Schrein von Lilith gefunden. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, in diesem wunderbar schönen Gemetzel aus dieser kleinen, possierlichen Kathedrale, äh, Kapelle wollte ich sagen, abschiede ich mich dann und sage, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder mal schnitzelnd durch diese wunderbare Welt laufe und noch mehr Dämonen besiege und auf der Endcard. Bis dahin viel Spaß beim selber looten. Wünscht euch euer... Na, mit dieser Endcard verlasst ihr wieder Sanctuarium, liebe NFLM. Wenn ihr weiter mit mir hier verweilen wollt, dann schaut dieses Video. Wenn ihr auf Echtzeitstrategie und Aufbauspiele steht, klickt auf diesen Link. Wenn ihr auf Warhammer steht, klickt auf diesen Link. Wenn ihr auf Brett- und Kartenspiele steht, klickt auf diesen Link. Wir sehen uns wieder in Sanctuarium auf dem Weg zur Hölle.